Stimme Trinken Sieben Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst! Sieben Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst! Sieben Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst! 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 Als Frau? Moment! Was ist denn Mann? Du willst sagen, du hast... Steht hinten Sabrina dran. Willst du mich verarschen oder was? Nee, was ist das ernsthaft da? Ey, sowas gibt's doch Gegentechnik gar nicht, oder was? Also, was gibt das? Hast du dich auch noch verlieren müssen, oder was? So... Schnee, ne? Und jetzt bist du, äh... Sabrina? Jetzt ja, so. Vorher Sebastian, oder was? Ah, ungefähr, Stefan. Oh, Mann, ey. Jetzt höll ich die Blocken tränzen, du. Ey. Wieso, muss auch mal ein bisschen locker sein, ne? Ein bisschen viel, ja. Ja, hattest du keinen Bock mehr mit der Geschirr zwischen den Beinen, oder was? Das hat nicht so gepasst, wie das sein sollte, wenn du... Warum sagst du denn, ne? Na, sollte nicht so sein, weiß ich nicht. Das kann ja wohl nicht angehen, ne? Und wie ist das denn, wenn wir jetzt zum Arbeitsplan kriegst du? Zum Arbeitsamt soll nicht meinen Ausrüstung und den Weg nicht haben. Ja, dann... Das ist nicht Stefan, oder was? Ne, Sabrina. Still im Ausrüstung. Hast du nicht, äh... Wer dich umtrauken müssen? Alles, alles original. Ja, tut mir leid, aber das geht nicht in mein Schädel weiter. Mach doch mal. Selb. Oh ja, ja. Man wird so geboren, wie man ist, ne? Oh, eigentlich Schuh. Normalerweise Schuh. Oh, Mann. Aber es gibt auch Menschen mit anderen Auffassungen. Ja, wie soll ich die jetzt nennen? Schmeck mal aus Sabrina. Ja, Sabrina. Das ist ein Scheiß. Zeig mir mal deinen Ausweis. Ha, das glaubt der nicht. Das glaubt der nicht. Das glaubt der nicht. Ne, das glaub ich auch nicht. Das glaubt der nicht. Das glaub ich auch nicht. Ich will deinen Ausweis mal sehen. Ah. Hey, du bist so ein kleiner Michael Jackson verschnitten, oder was? Ha, ha, ha. Ja, ja, siehste. Ha, ha. Thriller. Zeig mal. Deine Postbank hat du dich nicht sehen. Ich will deinen Personalausweis sehen. Da ist ein Foto drin. Ich will das im Original sehen. Du willst ein Original Foto sehen? Ja, das, nein. Das ist dein Personalausweis. Du musst nur im Internet gucken. Das ist ein Reisepass. Ja, du hast wahrscheinlich gebraucht. Führerschein. Moment. Ja, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ja, schlack hast mit den Ohren. Ha, ha, ha. Ja, du siehst das aus. Ich hab nur die langen Haare verloren. Sonst ging das. Aber abgenommen hast du. Jo. Wo? Meine Güte, ey. Was ist mit dem? Das ist eine Prüfbescheidigung für Mofas. Ha, ha. Ich dachte, ich höre euch da heute. Für Mofas. Hm. Ich bin Mofas. Ich mag hier Sex mit. Nee, ich mag hier Sex mit. Nee, ich mag hier Sex mit. Nee, ich mag hier Sex mit. Ja, mach mal. Ja, du kannst das. Ja, das ist eine Prüfung. Ja. Und das ist eine Rehung. Ja, genau. Hey, du bist der King, Alter. Ich grüße alle im Internet und alle Ebay Leute und alle YouTube. Und alle die so eingestellt sind wie du. Und alle die so eingestellt sind wie ich. Alles klar. Ciao. Was soll ich noch zu sagen?